Hallo, heute der 13. Teil des Hörbuches Totalitarismus leicht gemacht zum Diktator auf dem zweiten Bildungsweg. Viel Spaß! Feinde des Volkes Nutzmenschen, die kein Problem damit haben oder sogar von dir verlangen, Widerständler zum Schweigen zu bringen, sind das Beste, was dir passieren kann. Dazu musst du sie davon überzeugen, dass es sich bei den Widerständlern um den letzten Abschaum der Menschheit handelt. Das gelingt wiederum bemerkenswert einfach, wenn du den Großteil der öffentlich zugänglichen Informationen kontrollierst. Meistens reichen bloße Behauptungen aus und die Masse jubelt dir zu, wenn du den Betroffenen zum Schweigen bringst. Einzelne mit falschen Behauptungen zur Strecke zu bringen, ist zwar kein Problem, übertreibe es aber damit nicht. Sonst schöpfen die Nutzmenschen Verdacht. Wenn du mehrere auf einmal zum Schweigen bringen willst, dann musst du die ganze Gruppe schlechtreden. Jeder, der gegen zum Beispiel XYZ ist, ist ein Feind aller guten und anständigen Menschen. Hier nur ein paar Beispiele, die die aktuellen Regierungen benutzen. 1. Wenn du dagegen bist, dass der Staat die Armen unterstützt, willst du, dass die Armen verhungern. 2. Wenn du dagegen bist, dass der Staat das Bildungssystem kontrolliert, bist du dafür, dass die Kinder dumm bleiben. 3. Wenn du dagegen bist, dass der Staat die Menschen entwaffnet, bist du ein Befürworter von Gewalt. 4. Wenn du dagegen bist, dass der Staat die Industrie kontrolliert, bist du für unsichere Produkte. 5. Wenn du gegen Militärschläge bist, bist du für ausländische Invasoren, Terroristen usw. 6. Wenn du gegen staatliche Umweltschutzauflagen bist, bist du für Umweltzerstörung. Das alles entspricht eigentlich nur einer einzigen Botschaft. Dass du die alleinige Lösung für alle Probleme bist und dass großes Leid auf die Nutzmenschen zukommen wird, wenn du für die Problemlösungen, die dir eigentlich vollkommen egal sind, keine entsprechend große Macht bekommst. Wenn ein paar deiner Nutzmenschen nicht wollen, dass du irgendwas kontrollierst, dann behaupte einfach, dass diese nur Chaos und Anarchie verbreiten wollen. Wenn du nicht für uns bist, bist du gegen uns. Diese Botschaft, ein Zitat von George W. Bush, sollte von den Nutzmenschen verinnerlicht werden. Die Gegner deiner Pläne dürfen niemals den Eindruck erwecken, als würden sie bessere Lösungen vorschlagen. Nutzmenschen mit besseren Plänen als deinen solltest du lächerlich machen oder als Saboteure hinstellen, die gegen Verbesserungen sind und deswegen angefeindet und bekämpft werden müssen. Stereotype Meistens reicht es aus, bestimmte Gruppen, die sich gegen dich aussprechen, einfach zu diskreditieren. Wenn aber den Worten auch Taten folgen und ein Teil der Nutzmenschen tatsächlich Widerstand leisten, indem sie sich einfach nicht an deine Gesetze halten, ist es wichtig, solchen Ungehorsam sofort und vollständig zu unterdrücken. Stelle aber gleichzeitig wiederum sicher, dass du dir dadurch keine unnötigen Feinde machst. Ein Hilfsmittel dafür ist die Schaffung von Stereotypen und klischeehaften Vorstellungen von Gruppen, mit denen keiner etwas zu tun haben will. Aus Angst davor, mit diesen Gruppen assoziiert zu werden, unterlassen es die Nutzmenschen daraufhin, gegen dich aufzubegehren. Ein klassisches Beispiel ist, Wenn du gegen vernünftige Verschärfungen der Waffengesetze bist, bist du bestimmt einer dieser zahnlosen Inzest-Dorfdeppen, die ständig betrunken sind und auf Schwarze schießen wollen. Wer will schon mit solchen Leuten in Verbindung gebracht werden? Politiker, die die Nutzmenschen entwaffnen wollen, haben es in gewisser Hinsicht geschafft, dass Menschen, die das Recht in Anspruch nehmen, bewaffnet zu sein, um sich zu verteidigen, als ungebildete, gewalttätige, rassistische, weiße, männliche Säufer gelten. Wenn dir etwas Ähnliches gelingt, werden die Nutzmenschen genauso vorhersehbar wie ein pavlovscher Hund reagieren und sagen, also nein, ich bin doch keiner von denen, also ja, ich finde Verschärfungen des Waffenrechts gut. Die Botschaft sollte stets klar sein. Entweder unterstützt du meine Pläne oder du bist der letzte Abschau. Die Nutzmenschen sehnen sich nach der Bestätigung durch die Autorität und besitzen kaum ausreichend Selbstsicherheit und Rückgrat, um eine eigene Meinung zu haben und offen dazu zu stehen. Deshalb wird es kaum jemanden geben, der deine angeblich guten Motive anzweifeln wird, geschweige denn, dich öffentlich kritisieren wird. Hass und Hetze Beleidigungen und Verunglimpfungen reichen für Nutzmenschen mit anderen Meinungen normalerweise aus, um sie so einzuschüchtern, dass sie dich nicht öffentlich kritisieren. Noch besser funktioniert das Ganze, wenn du die anderen Nutzmenschen dazu bringst, Abweichler zu hassen. Von vielen gehasst zu werden, ist etwas, was die meisten nicht lange aushalten werden. Wenn ihn die meisten seiner Nachbarn dafür hassen, wird sich der Andersdenkende recht schnell überlegen, ob er sich weiterhin öffentlich gegen dich ausspricht. Die öffentliche Meinung ist ein äußerst mächtiges Instrument der Überzeugung, gegen das auch die selbstbewusstesten, stärksten und hartnäckigsten Abweichler kaum ankommen. Zitat Die Kunst zu herrschen und seine Lakaien gefügig zu machen, ist unabhängig von Ort und Zeit stets gleich. Sie besteht darin, die Opfer bloßzustellen, sie zu denunzieren und den Hass und die Verachtung der Öffentlichkeit gegen sie zu schüren, um die eigenen Entgleisungen und Rechtsverletzungen zu verbergen. Zitat Ende US-Senator Henry Clay Es ist relativ einfach, die Masse gegen Andersdenkende aufzustacheln. Ihr haltet euch an die Gesetze und diese Rebellen denken, sie würden über dem Gesetz stehen. Es ist wichtig, dass die Nutzmenschen stets ein gutes Gefühl, besser noch ein Gefühl des Stolzes dabei haben und denken, gute Staatsbürger zu sein, wenn sie dir gehorchen. Die Ausdrücke gesetzestreuer Steuerzahler und ich zahle gerne meine Steuern stehen sinnbildlich für dieses Konzept. Sie geben dir ihr Geld, sie gehorchen deinen Befehlen und trotzdem sind sie gute Menschen, während andere, die das alles nicht tun, natürlich schlechte Menschen sind. Wenn es dir gelingt, jedem, der dich und deine Pläne auch nur verbal kritisiert, ein unangenehmes und unbequemes Gefühl zu geben, verschwindet jeder Widerstand wie von selbst, ohne dass du auch nur einen einzigen Schuss abfeuern musst. Wenn Menschen mit abweichenden Meinungen nicht nur durch dich, sondern vor allem auch durch ihren Nachbarn verachtet, erniedrigt, beleidigt, angegriffen und ausgegrenzt werden, werden sie ihre Meinung ändern oder sie zumindest für sich behalten. Beachte, Meinungen, die nie ausgesprochen werden, werden sich auch nie verbreiten. Wenn du die Widerständler also dadurch zum Schweigen bringst, indem du sie diffamierst, hat der Widerstand keine Chance, größer zu werden. Ein großes Problem bei dieser Strategie ist das Internet. Die Nutzmenschen können ihre Meinung dort anonym aussprechen, ohne befürchten zu müssen, ausgegrenzt zu werden. Und sie haben die Möglichkeit, viele andere Gleichgesinnte zu sehen, die genau das Gleiche aussprechen. So ziemlich das Einzige, was du dagegen tun kannst, ist, möglichst viele von ihnen verächtlich zu machen und das Internet selbst als Sammelbecken für Spinner zu diskreditieren, während alle anderen Informationsquellen, die du kontrollierst, selbstverständlich Orte für informierte und zivilisierte Menschen sind, die sachlich miteinander diskutieren. Gefangen in der Illusion Jeder Nutzmensch sollte darauf konditioniert werden, sich ständig alleine, isoliert und ohnmächtig zu fühlen. Wenn jeder Einzelne von ihnen denkt, dass er nur die Wahl hat, alleine gegen den allmächtigen Staat vorzugehen oder zu gehorchen, wird er lieber gehorchen. Immer, wenn es Widerspruch gibt, solltest du die ungeheure Größe und die Macht des Staates hervorkehren, gegen den der einzelne Nutzmensch winzig klein und unbedeutend erscheint. Egal wie groß und mächtig dein Herrschaftssystem auch sein mag, wenn sich die Nutzmenschen gemeinsam dazu entschließen, gegen dich vorzugehen, gibt es nichts und niemanden, der sie stoppen kann. Du darfst niemals zulassen, dass die Nutzmenschen realisieren, wie viel Macht sie eigentlich haben. Auch wenn sie keinerlei Gewalt anwenden, kann ihre Macht für dein Herrschaftssystem tödlich sein. Gandhi führte Millionen von Menschen in Indien in eine bizarre Revolution, die die britische Kolonialmacht in die Knie zwang. Es gelang ihm erstaunlicherweise ganz ohne Gewalt. Gandhi und seine Gefolgschaft haben ein riesiges Reich besiegt, in dem sie größtenteils gar nichts gemacht haben. Ziviler Ungehorsam, auch bekannt als Nichtstun, reicht vollkommen aus, um das Schicksal jedes Tyrannen zu besiegeln. Wenn eines Tages alle Nutzmenschen beschließen, einfach keine Steuern mehr zu bezahlen, kannst du absolut nichts mehr tun, um deine Macht weiter aufrecht zu erhalten. Wenn sie deine Gesetze ignorieren, hören deine Gesetze auf zu existieren. Vergiss niemals, dass deine Autorität nur in den Köpfen der Nutzmenschen existiert. Sobald sie dich nicht mehr als Autorität wahrnehmen, ist deine Herrschaft beendet und dieses Ende wäre nicht einmal sonderlich dramatisch und gewalttätig. Stattdessen wirst du einfach nicht mehr weiter beachtet. Die Nutzmenschen einschließlich deiner Schlägertrupps vergessen irgendwie, dir zu gehorchen. Sie werden dich nicht einmal vertreiben müssen, sie werden dich einfach wegignorieren. Suche dir einen beliebigen Herrscher aus der Vergangenheit aus und stelle dir vor, was passiert wäre, wenn die Menschen eines Tages aufgewacht wären und gesagt hätten, dieser Typ ist vollkommen verrückt geworden und ich höre ihm einfach nicht mehr zu. Außerdem sieht sein Schnauzbart total bescheuert aus. Würden sie dann die Wut des Tyrannen zu spüren bekommen? Nein, weil es einfach keinen mehr geben würde, der dieser Wut Geltung verschafft und die wütenden Befehle vollstreckt. Die Macht jedes Tyrannen ist zu 100% eine Illusion. Dementsprechend solltest du niemals unterschätzen, wie wichtig es für dich ist, diese Illusion aufrecht zu erhalten, um weiter an der Macht zu bleiben. Halte die Nutzmenschen in der Illusion gefangen, dass Widerstand zwecklos ist. Wenn es keinen gibt, der sich als erster gegen dich auflehnen will und die Nutzmenschen nicht auf die dumme Idee kommen, alle gemeinsam Widerstand zu leisten, ist alles perfekt. Solange sie nicht merken, wie viel Macht sie eigentlich haben, kannst du sie mit ein paar tausend Schlägern recht problemlos in Schach halten. Aber wenn sie erst einmal realisiert haben, wie einfach es ist, deine Macht einfach nur dadurch ein für allemal zu beenden, dass sie dich ignorieren, können auch noch so viele Schläger nicht verhindern, dass du deine Macht verlierst. Die nackten Zahlen zeigen, dass die Nutzmenschen sämtliche Macht haben und du gar keine. Deswegen musst du unbedingt sicherstellen, dass sie stets das genaue Gegenteil davon glauben. Revolutionen vermeiden Viele Nutzmenschen gehen Gewalt lieber aus dem Weg, weil sie zu gut dafür sind oder Angst haben. Sie wollen nicht verletzt oder getötet werden und wenn es sich irgendwie vermeiden lässt, möchten sie auch keinem anderen wehtun. Für dich bedeutet das, dass sie so gut wie alles mit sich machen lassen, bevor sie überhaupt erst darüber nachdenken, sich mit Gewalt zu wehren. In der amerikanischen Verfassung heißt es dazu, alle Erfahrungen haben gezeigt, dass die Menschen eher dazu bereit sind, zu leiden als aufzustehen und das abzuschaffen, woran sie gewöhnt sind. Zitat Ende Obwohl die Nutzmenschen sehr viel ertragen können, stößt ihre Geduld irgendwann an Grenzen. Diese Grenzen kannst du dadurch verschieben, dass du ihnen ein Ventil gibst, über das sie ihren Frust über dich und dein Herrschaftssystem ablassen können. Gib ihnen eine Gewaltenteilung und ein paar passende Institutionen, bei denen sie auch mitarbeiten können und schon werden sie kaum auf die Idee kommen, gewaltsam Widerstand zu leisten. Du musst das System von innen verändern. Das ist das Mantra, das die Nutzmenschen nachplappern sollten. Selbstverständlich ist und bleibt es dein System und es wird ihnen niemals gelingen, Freiheit und Gerechtigkeit durch eine Veränderung von innen zu erreichen. Eine Illusion von einem ordnungsgemäßen Prozess und irgendwelchen Einspruchsmöglichkeiten reicht dafür vollkommen aus. Anstatt gegen dich vorzugehen, werden sie ihre Zeit damit verschwenden, gegen die Windmühlen der Bürokratie anzukämpfen. Ein besonders erstaunlicher Erfolg der US-Tyrannen war es, einen Haufen Scheingerichte zu erschaffen, allesamt mit der gleichen Integrität und Ehrlichkeit wie die Mafia und es dann zu einem Verbrechen zu erklären, wenn jemand in einer Verhandlung die Korruption, Verlogenheit und Ungerechtigkeit der Gerichte offen anspricht. Die Betroffenen werden einfach wegen Missachtung des Gerichts bestraft. Als Grundregel gilt eigentlich, dass ein intelligenter Tyrann darauf verzichtet, verbale Widersprüche oder Kritik zu verbieten. Aber, wenn das wie im Fall des Gerichtsmissachtungsprinzips schon so lange allgemein akzeptiert wird, dann ist es in Ordnung, diese Tradition der Zensur und des angeordneten Respekts einfach weiterzuführen. Gewalt ist unzivilisiert. Es gibt ein paar Grundannahmen, die immer wieder in die Köpfe der Nutzmenschen eingehämmert werden sollten. Die vermutlich wichtigste ist, denke und meine, was du willst, aber nur ein verabscheuungswürdiger Mistkerl würde es jemals wagen, gewaltsam Widerstand gegen die Befehle der Autorität zu leisten. Solange sie einfach nur tun, was du sagst, können sich die Nutzmenschen so viel streiten, diskutieren und sich beschweren, bis sie schwarz werden. Die wichtigste Botschaft, die du ihnen einimpfen solltest, ist, gegen das Gesetz zu verstoßen, ist unzivilisiert. Mit Gesetz ist natürlich nur das gemeint, was du ihnen anordnest. Zitat Die Doktrin des gewaltlosen Widerstandes gegen Willkürherrschaft und Unterdrückung ist absurd. Sie versklavt die Menschheit und zerstört ihr Glück. Zitat Ende Verfassung von New Hampshire Ungehorsam kannst und sollst du auch unbedingt als Gewalt diskreditieren, und zwar auch, wenn die Nutzmenschen einfach nur friedlichen, passiven Widerstand leisten. Die meisten sind so umfassend manipuliert und indoktriniert, dass auch so absurde Botschaften wie diese verdammten Querdenker haben die Gewalt verursacht, also die Gewalt deiner Schlägertrupps, die auf sie geschossen haben, weil sie verweigert haben, sich an die Gesetze zu halten. Selbstverständlich muss die Gewalt deiner Schlägertrupps stets als Durchsetzung der Gesetze dargestellt werden, während jeglicher Widerstand unabhängig davon, ob er tatsächlich gewaltsam ist oder nicht, als kriminelles Verbrechen gewalttätiger Rebellen bezeichnet werden muss. Seltsamerweise funktioniert Propaganda, die offenen Widerstand gegen eine Tyrannei in den Dreck zieht, auch in einem Land, das aufgrund genau dieses Prinzips gegründet wurde. Wenn eine Regierung die unveräußerlichen Rechte der Menschen verletzt, ist es das Recht und die Pflicht der Menschen, diese Regierung zu beseitigen. So steht es in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Wenn dir die Nutzmenschen glauben, dass du es gut mit ihnen meinst und wenn sie glauben, dass es irgendwelche ordentlichen Verfahren gibt, um zu ihrem Recht zu kommen, auch wenn diese noch so schäbig und ungerecht sind, dann werden nur sehr wenige den Mut und die Zuversicht aufbringen, gewaltsam Widerstand gegen dich zu leisten. Die wenigen, die es dennoch wagen, kannst du relativ leicht niederschlagen. Abneigung gegen Gewalt Es ist sehr empfehlenswert, die Nutzmenschen darauf zu konditionieren, jede Gewalt zu verabscheuen, egal ob sie sich gegen dich richtet oder gegen irgendwen anderes. Wenn sie Gewalt für sich gesehen und unabhängig von den Umständen als etwas Schlechtes ansehen, kannst du sie sehr leicht unter Kontrolle halten. Du solltest die Nutzmenschen sozusagen so sehr verspuchteln, dass sie nicht einmal wissen wollen, wie man sich mit oder ohne Waffen gegen jemanden wehrt. Verbreite die Botschaft, Gewalt ist keine Lösung. Selbstverständlich zeigt die Geschichte, dass Gewalt so gut wie immer die einzige erfolgreiche Antwort auf Tyrannei ist. Aber wenn die Nutzmenschen darauf konditioniert sind, so ein unzivilisiertes Verhalten als etwas Niedriges anzusehen, dann wird sich ihr Widerstand gegen dich, wenn überhaupt, nur auf weinerliche Beschwerden beschränken. Und weinerliche Beschwerden haben noch nie ein Herrschaftssystem zu Fall gebracht. Zitat Unser Ziel ist es, den Feind passiv zu machen. Zitat Ende Mao Zedong Es gibt drei typische menschliche Eigenschaften, die bei den Nutzmenschen eine starke Abneigung gegen Gewalt hervorrufen. Ihre Moral, ihre kindliche Naivität und ihre Feigheit. Gute Menschen wenden Gewalt nur äußerst zögerlich an, weil sie glauben, dass Menschen idealerweise freiwillig interagieren sollten. Diese Moral, über die die meisten der Nutzmenschen verfügen, bringt sie dazu, Gewalt zu verabscheuen, sofern sie sich nicht selbst verteidigen müssen. Der Trick besteht darin, ihre ohnehin schon existierende Moral auf die Gewaltanwendung an sich auszuweiten. Dazu musst du nur jegliche Gewalt in einen Topf werfen und sie unabhängig von den Umständen, in denen sie angewendet wird, als böse Gewalt bezeichnen. Die meisten Menschen verweigern sich, die Realität anzuerkennen und wollen nicht wahrhaben, dass sie auf sich selbst aufpassen müssen und dass sie für ihre Handlungen selbst verantwortlich sind. Kurz gesagt, sie wollen nicht erwachsen werden. Wenn sie älter werden, wollen sie ihre Eltern durch einen neuen Erlöser und Beschützer ersetzen. Durch den Staat, also durch dich. Es ist relativ einfach, diese kindliche Naivität gegen sie einzusetzen und ihnen zu versprechen, dass deine Gesetzeshüter auf sie aufpassen werden. So müssen sie es nicht selbst tun, was bedeutet, dass sie selbst niemals Gewalt anwenden müssen. Der Erfolg dieses Tricks ist daran ablesbar, wie viele Nutzmenschen heute sagen, nur die Polizei sollte Waffen tragen. Und zu guter Letzt sind die Nutzmenschen feige und haben Angst. Wenn sie denken, dass die ganze Welt voll von bösen, fiesen, gemeinen Menschen ist, wird ihnen der Gedanke Angst machen, dass sie es sind, die dagegen etwas tun müssen. Eigentlich ist es vollkommen logisch, dass gute Menschen den Bösen, die ihrerseits überhaupt kein Problem mit Gewalt haben, einfach das Feld wenn sie sich nicht gewaltsam gegen sie wehren. Die Feigheit der guten Menschen führt aber dazu, dass sie einfach aufgeben und denken und hoffen, dass ein anderer diese Aufgabe für sie übernimmt. Zitat Ängstliche Menschen bevorzugen die Ruhe der Gewaltherrschaft gegenüber der stürmischen See der Freiheit. Zitat Ende Thomas Jefferson Mit Mithilfe Mithilfe dieser drei Faktoren und einer großzügigen Dosis pazifistischer Propaganda kannst du die Nutzmenschen zum gewünschten Verhalten konditionieren. Ich würde mir niemals eine Waffe kaufen. Ich bin zivilisiert, mitfühlend und fortschrittlich. Ich würde lieber sterben, als gewalttätig zu werden. Und wenn sie tatsächlich lieber sterben, als sich der Herrschaft gewaltsam zu widersetzen, eignen sie sich perfekt für die Versklavung. Eine Tatsache, die den meisten Nutzmenschen kaum auffällt, dass alles, was du in der Rolle der Autorität tust, dass jeder deiner Befehle auf der Fähigkeit und der Bereitschaft aufbaut, Gewalt anzuwenden. Die Strafe ist vielleicht nur ein Bußgeld, aber die Strafe für die Verweigerung, das Bußgeld zu bezahlen, ist gewaltsame Enteignung. Die Strafe für Widerstand gegen die Enteignung ist, in einen Käfig eingesperrt zu werden und die Strafe für Gegenwehr gegen die Gefangennahme ist, erschossen zu werden. Jede noch so kleinste Anordnung kann und wird bis hin zur tödlichen Gewalt eskaliert. Und trotzdem werden die Nutzmenschen so gut wie nie den Begriff der Gewalt verwenden, um zu beschreiben, was deine Schläger-Trupps tagtäglich tun. Mit guten Absichten Gewalt verhindern. Gewaltsamen Widerstand kannst du dadurch vermeiden, dass du den fürsorglichen Beschützer spielst. Die Nutzmenschen müssen nur glauben, dass du wohlwollend bist und gute Absichten verfolgst und schon werden sie dich in Ruhe lassen. Auch wenn du dich ihnen gegenüber wie ein hirnloser, unverantwortlicher und inkompetenter Vollidiot benimmst, werden sie es nicht für gerechtfertigt halten, gewaltsam gegen dich vorzugehen. Wenn sie sich nicht angegriffen fühlen, wehren sie sich nicht. Deine Gesetzeshüter können ihnen die bösartigsten Dinge antun und trotzdem werden sie dich nicht dafür verantwortlich machen. Sie wollen in dir einen fürsorglichen Anführer sehen und deine eigenwilligen Handlanger rasten halt ab und zu mal aus. Erteile ihnen deine Befehle still und heimlich und kritisiere ihre Übergriffe mit großem Getöse in aller Öffentlichkeit. Betone, dass du nicht verstehst, wie das passieren konnte, dass du die Vorfälle untersuchen lassen wirst und geeignete Vorkehrungen dagegen treffen lässt, dass das alles nicht noch einmal passiert. Ziehe dich dadurch aus der Verantwortung. Die Übergriffe deiner Schläger werden die Nutzmenschen einschüchtern und du bist gleichzeitig fein raus. Lauwarmer Widerstand Je größer deine Macht wird, desto wahrscheinlicher ist die Bildung größerer Gruppen, die sich über dein Herrschaftssystem beschweren. Es ist wichtig, solche größeren Gruppen niemals direkt und offen niederzuschlagen, weil sie gegenüber deinen Schlägertrupps deutlich in der Überzahl sein können. Der angeborene menschliche Drang nach Freiheit wird dazu führen, dass sich viele Nutzmenschen gegen dich stellen werden. Aber durch ihre Feigheit und ihre Sehnsucht nach Sicherheit und nach einer vorhersehbaren Zukunft werden sie ein riesiges Ausmaß an Unterdrückung akzeptieren, bis sie echten Widerstand leisten. Es wird erst dazu kommen, wenn du direkt versuchst, totale Herrschaft und Kontrolle über sie auszuüben. Unterschätze deine Gegner nicht. Sie werden deine Übergriffe zwar lange geduldig ertragen, aber ein einziger Fehler kann dazu führen, dass du dich mit einem wütenden Lünchmob auseinandersetzen musst. Wenn sie alle auf einmal wütend werden und merken, wie viel Macht sie haben, wird dein Herrschaftssystem sofort und auf sehr unangenehme Art und Weise zu Ende gehen. Um das zu verhindern, musst du ihnen ein Ventil für ihre angestaute Wut geben, das zwei Voraussetzungen erfüllen muss. Du musst ihnen gewaltfreie Alternativen für den Widerstand gegen dich anbieten. Und diese Alternativen müssen vollkommen ineffektiv und nutzlos sein für sie. Obwohl das vollkommen unlogisch und widersprüchlich ist, hat diese Taktik hunderte Jahre lang wunderbar funktioniert. John F. Kennedy sagte zwar, dass jene, die einen friedlichen Wandel unmöglich machen, zwangsläufig für eine gewaltsame Revolution sorgen, aber er lag damit ziemlich daneben. Jene, die eine Illusion von einem friedlichen Wandel erschaffen, werden jede gewaltsame Revolution abwenden. Ein wenig Propaganda und Manipulation reicht aus und die Menschen werden ihre Energie mit vollkommen sinnlosen Aktivitäten verschwenden, ohne auch nur im geringsten etwas für ihre Freiheit zu erreichen. Die Wahl des Tyrannen Die beliebteste Illusion der Macht des Volkes ist heutzutage, zwischen verschiedenen Tyrannen wählen zu dürfen. Zitat Ein Ein Mensch ist nicht weniger versklavt, wenn ihm erlaubt wird, alle paar Jahre einen neuen Herren auszuwählen. Zitat Ende Lysander Spuna Du kannst sie so sehr ausbeuten, unterdrücken und quälen, wie du willst. Die meisten Nutzmenschen fallen immer wieder auf diesen Trick rein. Sie denken, bei der nächsten Wahl wird alles anders und eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Es reicht normalerweise vollkommen aus, die Gesichter an der Spitze des Herrschaftssystems alle paar Jahre auszutauschen. Würde man den Leuten vorschlagen, einen Entführer oder Bankräuber für ihre Stadt auswählen zu dürfen, würden sie einen für vollkommen verrückt erklären. Der einzige Unterschied zur Wahl einer Regierung besteht in der Annahme, dass die Regierung unabdingbar für eine zivilisierte Gesellschaft sei. Diese absurde Vorstellung solltest du natürlich ständig verstärken. Die Frage sollte sich darauf beschränken, welche Person oder Gruppe die Macht haben sollte, alle anderen zu beherrschen. Die Frage, ob überhaupt jemand so eine Macht haben sollte, darf niemals gestellt werden. Wenn die Nutzmenschen glauben, dass sie durch wen auch immer beherrscht werden müssen, werden sie sich nicht auf die Bewahrung ihrer Freiheit konzentrieren, sondern auf die Frage, wem sie ihre Freiheit opfern sollten. Zitat Zitat Benjamin Benjamin Franklin Damit die Nutzmenschen nichts merken, solltest du die Idiotie deiner Botschaften verstehen, bevor du sie verbreitest. Wenn du ihnen zum Beispiel mit der Demokratie kommst, um deine Herrschaft zu rechtfertigen, musst du einige wesentliche Botschaften als nicht zu hinterfragende Tatsachen verbreiten, obwohl diese vollkommen lächerlich und verrückt sind. Die Grundlage des Demokratiebetrugs ist die unsinnige Behauptung, dass Menschen sich durch Wahlen irgendwie selbst regieren. Den Nutzmenschen ist selbstverständlich vollkommen klar, wer ihnen die Befehle erteilt, wer ungehorsam bestraft und wer ihnen ihr Eigentum wegnimmt. Sie wissen, dass es nicht sie selbst sind, sondern dass du es bist. Trotzdem braucht es nicht viel, sie glauben zu lassen, dass du sie repräsentierst, obwohl du ihnen ihr Geld wegnimmst und ihnen ihr Leben zur Hölle machst. Würde ein privater Krimineller genau das Gleiche tun, würden sie so ein Verhalten niemals tolerieren. Gefangen in ihrer Demokratieillusion akzeptieren sie aber jede noch so üble Ungerechtigkeit, die ihnen durch einen gewählten Vertreter angetan wird. Was sogar noch erstaunlicher ist, sie empfinden stolz dabei, wenn sie sich an ihrer Unterdrückung durch dich beteiligt haben und verkünden dieses auch voller Selbstgerechtigkeit. Zitat Eine der besten Möglichkeiten, die Menschen zu beherrschen ist, ihnen einzureden, dass sie sich selbst beherrschen. Wenn sie daran glauben, lassen sie sich wunderbar versklaven. Das hat die Demokratie deutlich gezeigt. Zitat Ende Joseph Sopran Sogar Menschen, die ausgesprochen freiheitlich denken, lassen sich vom Demokratiekult einlullen und entwickeln absurde Wahnvorstellungen. Die freiheitliche Richtung kann unabhängig von ihren Details folgendermaßen zusammengefasst werden. Ich gehöre mir selbst und ich habe unveräußerliche Rechte. Die Konservativen, die Liberalen und auch die Libertären, die zur Wahl gehen, unterscheiden sich zwar in der Frage, welche Freiheiten für sie am wichtigsten sind, aber sie fallen allesamt auf das Wahlritual herein und geben ihre Stimme irgendwelchen Herrschaftsanwärtern, von denen sie sich mehr Freiheit erhoffen. Die offensichtlichste aller Fragen stellen sie sich kaum. Wenn sie schon unveräußerliche Rechte haben, wozu müssen sie dann irgendjemanden wählen, der ihnen das bestätigt? Wenn sie sich ohnehin schon selbst gehören, wozu brauchen sie dann die Erlaubnis der Politiker, frei zu sein? Allein durch die Beteiligung am Wahlritual akzeptieren sie bereits, rechtmäßiges Eigentum des Wahlgewinners zu sein. Erhalte diese Illusion unbedingt aufrecht. Ein ähnliches Phänomen ist die Bitte einiger Nutzmenschen an ihre Herrscher, ihnen nicht ihr Recht auf Selbstverteidigung und Bewaffnung wegzunehmen. Sie werden zwar vollkommen zu Recht argumentieren, dass eine bewaffnete Bevölkerung das beste Mittel gegen einen Staat ist, der sich zur Tyrannei entwickelt. Aber paradoxerweise bitten sie ausgerechnet die anwertete Tyrannei darum, bewaffnet bleiben zu dürfen. Eigentlich sollte dieser Widerspruch offensichtlich sein. Das Recht auf Revolution, also das Recht und die Pflicht, Herrscher gewaltsam zu beseitigen, wenn sie zu tyrannisch werden, kann nicht die Zustimmung durch die Herrschaft voraussetzen. Offensichtlicher geht es wirklich nicht. Noch absurder wird es, wenn sie mit Petitionen gegen die Verschärfung des Waffenrechts um die Ecke kommen. Im übertragenen Sinne bedeuten diese, wir werden gewaltsamen Widerstand leisten und dich absetzen, wenn du es übertreibst, wenn du uns sagst, dass das für dich in Ordnung ist. Und wieder runter portiert werden solltest, wenn du es über ein Wechsellangangstest bache Downtown und schießtest, wenn sie bei Rände helfen, Auf jeden Fall. 않을족구요. Bis zum nächsten Mal.